Hey, kennst du die Stimme, in deinen Gedanken drin, die dich rumjagt und sagt, los, ob du das noch machen, hast du dir das Herz aufgemacht, das einfach schiessen lassen, von allen nicht wohren, verpflichtigen, loslassen. Ach, immer die zwei Stimmen, weisst du, wer die sind? Das sind deine zwei unsichtbaren Kinder, zum einen ist das dein Peri, von Peter Licht, wenn er nicht ganz dicht ist, ruft er dich, eben, ein bisschen zu viel. Deine Heli ist Heidi Lieb, sie bewahrt Liebe für dich und deine sichtbaren Kinder. Siehst du immer rum, auch wenn das die meisten Peris nicht checken, macht nichts, und wir sind uns von einer Raupen zum Schmetterling zu transformieren. Für was? Für den Kass? Nein, Spass! Die Tür, der fette Friede. Klarin, was der Agiomartex-Community sagt, wann wir dabei sein, bei mir ist der Weltfriede. Klar bin ich da dabei, es geht voll mit meiner Vision in Harmonie, es gibt gerade keine bessere Idee, wenn ich diese Welt sehe. Super Idee, und du bist auch dabei, im ersten Weltfriede. Eigentlich ist es doch schon der zweite. Wir haben doch Friede gehabt, wofür wir uns getrennt haben. Egal, scheissegal, ist nur eine Zahl. Nein, eben nicht. Es sagt uns, es ist der zweite Schritt. Also komm, aber mach nicht einfach mit, mach einen bewussten Schritt. Wirklich, die Stärke oder Energie. Du weisst doch, einfach mit Liebe. Darum, klick auf abiumatik.ch Dort kannst du umfragen. 30 Sekunden für den Frieden. Lani aus der Abiumatics Community sagt, wenn wir dabei sind im ersten Weltfriede, klar bin ich da dabei, es geht voll mit meiner Vision in Harmonie, es gibt gerade keine bessere Idee, wenn ich die Welt sehe. Super Idee, Lani. Und du bist auch dabei, wie wirst du den Waldfriede? Eigentlich ist es doch schon der zweite. Wir hatten doch Friede gehabt, bevor wir uns getrennt haben. Egal, scheissegal, ist nur eine Zahl. Nein, eben nicht. Es sagt uns, es ist der zweite Schritt. alles voll. Aber mach nicht einfach mit einen bewussten Schritt. Wirklich die Stärke von der Energie. Du weisst doch, einfach mit Liebe.